und herzlich willkommen zum neuen part von let's play little nightmares komplett edition es tut mir noch einmal leid weil ich mir fünf vier tage nichts gemacht hatte also das problem war einfach also ist kein ausrede aber das problem war einfach ich dachte eigentlich das spiel speichert nicht und dann hat letztens irgendeiner meister genommen und hat dann einfach das spiel ausgemacht und da habe ich einfach gedacht das spiel wäre nicht gespeichert aber es war gespeichert aber okay und wegen dieser sache jetzt weil die speicher ist kann ich heute morgen noch eine folge machen sonst hätte ich keine folge machen mehr können okay also ist ein bisschen verspätet aber ich habe es noch am sonntagmorgen hinbekommen also sonntag in der früh bevor der vier sender datum drauf steht am montag also ist noch am 13 oktober gekommen ja ich habe auch im internet guckt wie es weitergeht und wie man weiter spielt ich weiß also bescheid auch ja genau ich müsste auch bescheid wissen ich müsste auch bescheid wissen wie man weitergemacht weil ich habe auch im internet wo dann schöner ja 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 danke ja ich komme raus und wie es tut aber auch nicht auf jeden fall viel spaß hier ok ich weiß jetzt immer weiterkommen sehr cool ich habe in der nacht und ich war echt ein bisschen doof er so ihr wisst ja warum ich hier stehen bin weil ich so doof war und ich habe mich nicht dass man einfach nur schwimmen soll einfach nur ganz schnell schwimmen nicht mehr machen oder ich habe ich habe im internet geguckt oder schon drauf einfach nur schwimmen ok richtig baby you ja ich war nur so doof dafür ich dachte nämlich ob man ja auch wie rechts oder nach hinten gehen muss aber nein man muss nur nicht schnell bewegen das habe ich nämlich nicht geschickt trottel also ist mir dann mehrfach peinlich aber okay was machen die musik nein die musik schrecklich ne ach gott die musik schrecklich ne da ist wirklich ganz ewig ja also sehr schön auf jeden fall gut cool kann zwar nicht so viel sehen aber ist auch bei anderen mit sparen so dass man so viel sieht alles gut so ist sie einmal kann man ja auch machen machen wo ich da auch hin oder soll ich da dann muss glaube ich nicht hin glaube ich muss noch nach vorne nach hinten nicht hier nicht oder ich muss schon nach vorne gehen oder ist da der weitere weg oder einfach springen ich glaube ich muss auch einfach springen ok jetzt einfach springen ok habe ich nicht gewusst habe ich doch nicht gewusst aber es ist in Ordnung ist ja ok man kann ja auch springen muss man ja auch nicht aber aber auch gemerkt ok gut sehr schön weil ich es verstanden habe ja ja genau muss noch so wie verstehen das ist ja auch blind die der dlc beziehungsweise das spiel hier ist gerade auch playa nicht ich habe das komplette spieler durchgespielt aber nicht die nicht den dlc das ist ja auch neun so scheiße also wie gesagt der ist der ist für mich blind ja genau die du haupt am raum so ohne kann einer weitermachen oder ja komm ja ich einfach mal einfach vertrauen dann war es auch aber ich bin ja auch hier gebraucht dass er cool oder ich kann ich hier gebraucht bin wenn ich nicht noch so viel laufen muss cool aha wusste ich doch irgendwie wusste ich doch irgendwie wusste ich ganz schnell wegrennen also so verarschen dann dabei ab sie hoch gehen ok das war cool gemacht auf jeden fall von mir doch schon kommen wir nach oben sonst alles am arsch aber es war echt cool ich dachte ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht weil das war die einzige chance weiter zu kommen oder glaub schon das war ich von gar nichts mehr also sonst hätte ich glaube ich nicht weitergekommen alles klar aber auch mal wieder sehr spannend ich liebe einfach die atmosphäre ist das der ist ja auch sehr cool also kann man nur sagen sehr cool gemacht ich habe dann so gute laune wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier so viele let's plays mache und ja und das spiel genießen kann wenigstens ach so spüren es macht so toll spaß man habe ich erst bei view es hat so gute laune an sich und ja ich habe einfach spaß ich habe einfach spaß an diesem spiel zu erkunden und so ein bisschen einfach zu erleben kann man sagen ja man man lernt auch ein bisschen für mich das ist einfach auch cool in diesem spiel genau genau ja komm jetzt kommen die dröhlen hier ja wie die ja wenn ich trödelt aber okay auch sehr schön gemacht in meinem jahr doch so es hat schon spaß ich versuche auch jetzt ja der nächste part weiter und weiter und weiter nicht wie es verschieben und ich wollte eigentlich schon am dann ist tag wieder ein pad aufnehmen aber dann wurde es weiter 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 und weiter und weiter verschoben ich kann mal klimstüge machen aber muss ich nicht unbedingt machen jetzt gerade vielleicht muss ich auch hier hochklettern aber ne auch nicht schade nicht ich sollte das extrem nicht vielleicht auch nicht auch nicht auch nicht alles klar jetzt vielleicht hier hin auch nicht nehmen auch nicht nicht ja ist ja auch gemein aber trotzdem sehr cool hier gemacht ich sage es jetzt besser noch nicht weil ich noch nicht weiß ich ich spiel das lachen und auch die batterie das lachen ja ja ich weiß ach man ich weiß heute doch ich weiß doch aber einfach nicht spielen es bereut mir einfach das spiel und ja ich habe einfach spaß und das war und ich manchmal auch wissen sehr komisch aber das habe ich auch meine angst in diesem spiel dass meine angst auf jeden fall ja so ich kann ganz kurz noch gucken ganz kurz noch dann ganz gut ganz ganz kurz noch und dann ist auch alles gut ja gut machen wir auch so machen wir so einfach ist egal noch ganz 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 kurz vielleicht können wir auch da rein ich habe mir gerade noch überlegt vielleicht können wir da reinkommen irgendwo mit geschick vielleicht aber es kann sein dass es nicht geht ich bin immer fast am ran ach man ich bin immer so knapp da ran gehangen ach egal wo ich da ran auch nicht ich weiß nicht genau tut mir leid tut mir leid einfach du nicht schaffst dann schaffst ich ja soll ich denn machen ja jetzt noch mal ich will es auch schaffen einmal hm ja ok das nervt total ich kann nicht sagen wo ich weiter soll aber ich habe ja überall angeschaut ich habe halt überall mich angeschaut wo ich weiter kommen kann aber ich bin hier oben ich weiter gekommen hm einfach so richtig das letzte mal dann ist Schluss für heute sorry nochmal es war doof ok ich gebe auf bis zum nächsten mal es war ganz cool heute schau Leute war schön es war so cool heute mit euch zusammen tschüss yahoo